Hallo Leute, ich bin Tedsofreak. Schön, dass ihr dich eingeschätzt habt. Zu meinem Live-Let's Play von King of Hearts Green Crop Distance. Ja, wir sind hier weiter mit Riku. Und, ja, was soll ich groß hier sagen? Wir werden mal gleich weitermachen. So. Mal sehen, was tut mir eigentlich. Ich glaube, ich habe ja eigentlich alles gekauft. Oder alles gekauft. Wirst du weiter? Ah ne, hier oben ist ja großartig. Gleich mal weiter. Ich bin jetzt gespannt, was hier noch passiert. Ist das... Sora? Sora! Sora! Don't! Du musst wundern. Sora! Da oben bist du. Du bist nichtascgy. Fuck. Denn du hast ihn verletzt, nicht Bes пальteist? Au! C fitz. Pr запartieren Sie ihn in kampfladd? kings Nein, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Ich konnte natürlich nichts machen, so ein Dreck aber auch. Ja, das ist so gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere, just to an abyss you'll never be able to wake up from. What? What's going on in Sora's world? Why won't he open his eyes? Is he still in the nightmare? That is right. Huh? Ansem! Sora can no longer wake up. No matter how many nightmares you consume, you cannot wake someone who has fallen into the chasm of dreams. What? Dreams hold our memories. Sleep holds our dreams. And darkness, it holds our sleep. Sora's heart belongs to the darkness now. Sora would never give in to the darkness! But you feel it, don't you? This world, the nightmare, the abyss. Why haven't you returned to the reality whence you came? No. This is a... Dream of a dream. A two-fold nightmare. This whole journey, you have been inside Sora's dreams. And now darkness within darkness awaits you. No. What? No. I can't get loose! At the start of your test, when you struck out from that tiny island, you saw me there, dressed in a robe. Immediately, you knew something was wrong. So without even knowing it, you dove into Sora's dream. And you became exactly what that sigil on your back represents. A dream eater to protect Sora from nightmares. Me? Me? I'm a dream eater? Correct. But you failed to protect him. After all your efforts to command the darkness and protect those you cherish, it is a shame you locked that power away in the end. Except... It's not over. I can still save Sora. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem. Or... Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart. And the Keyblade with it. Don't you see? That's half the reason I'm even on this journey. After allowing darkness into my heart, am I still fit to wield the Keyblade? Even after locking you away, here you are, haunting me again. So I get it now. There's no point in trying to hold the darkness back. At last, you see clearly. You know? When I look at you, there's this memory that flashes back. A secret I said I'd keep when I was little. The main reason I kept dreaming about seeing the outside world was because of him. My journey begins here. And now, I'm going back to the real world. And then to Sora's side. That... is your answer? Yes. I know the way. Consume the darkness. Return it to light. You can try. Whoa. What's up? 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 That's what we're going to do. What's up? How do we know? I'm gonna go ahead and aim at the end. Here we go. Good. Das ist alles, was du? Ah, toll, jetzt darf ich warten, ja? Ach, geht doch! Mann, die Technik ist nicht mehr auf dem Weg, hier. Das ist alles, was du hast? Das ist alles, was du hast? Das ist alles. Das war's. So, jetzt soll doch Musik sein, oder? Endlich, ey. Der Scheiß anzunehmen. Oh, ja, ganz vergessen. Oh, diese Stelle hab ich geha- Ich liebe es, wenn du einfach runterlevelstest, toll. Ja, bitte. Triff mich einfach behinderte. Kacke, Lappner. Kacke, Lappner. Kacke, Lappner. Kacke, Lappner. Mann, Sam, du bist doch einfach kacke. Ja, du bist doch nicht. Das war's. Das war's für heute. endlich dieser scheiß wichser ja ich weiß gar nicht ob noch erinnert kommt da oh ich liebe es einfach das rach Das ist nicht wahr. Die Kraft um zu schützen, was wichtig ist. Oh, dieses Ort. Ich habe es endlich aus dem Traum? Zora und ich haben uns gesparte seit dem Anfang unserer Reise. Weil Ansem... Nein, weil Xehanort es. Und das bedeutet... Wir sind ein langer Weg weg von dem Mark of Mastery, die Yen-Sid gab uns. Okay, Zora muss hier sein. In ein paar Mal. Ach, Mann, das war doch ein Scheiße. So. Nein, wollen wir erstmal nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier rum. Weil ich jetzt irgendeinen Scheißschritt noch mache, speichere es lieber eine. Ich habe keinen Bock noch mal in den Kattelappen da zu kämpfen. So, der Alarm ist schon mal nicht. Ich habe noch einen Weg, oder? Wow, ich hatte noch Zeit, Eindriff. Egal. Hm. So, wo war ich denn jetzt mal hier? Ach, stimmt ja. Ja, ha! Riku! Kairi! Kairi! Ich habe dich gefunden. Wer ist das? 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 次 genau ist das? The darkness. Good night, Sora. The darkness. Good night. The darkness. Good night. I don't have to worry about this shit here. I don't know. 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 This is where I am. I'm not sure. End of the road, huh? I know I'm back in the real world, but I still have my Dream Eater powers. Which means, he still hasn't woken up. Where are you, Sora? Huh? Huh? A Dream Eater? Is that where Sora is? How do I get across? Right. I get it. Oh, what can I do here actually? Oh, great. There's a lot. Do you remember it then? What? Oh, that's it. Well, I know you are waiting for it. Halt! 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 Ja, wir haben unsere Sight auf dich gehalten. Aber du hast eine bestimmte Resistance für die Dunkelheit entwickelt. Also haben wir, was die Keyblade getan hat. Und wir gehen über die Liste. Roxas. Er war jetzt eine gewünschte Wahl. Aber, unfortunately... Er wurde zu wissen, und zurück nach Sora. Organisation XIII ist die richtige Ziel, zu dividieren Xehanort's Herz zwischen 13 Vessels. Thanks to you and Sora, we learned not all our candidates were fit for the task. But, we managed to make up the difference. And now, Sora, the 13th vessel, is within our grasp. Thirteen? Xehanorts? What is... The real Organisation XIII. The Organisation? I am Xehanort, from the most distant past. My future self gave me a task. To visit the splintered versions of myself in many worlds, and ensure they gathered here today. From the past? There are restrictions to movement through time. First, you must leave your body behind to do it. Then, there must be a version of you waiting at the destination. Upon arrival, you can only move forward as per the laws of time. And you cannot rewrite the events that are destined to happen. What have you done? My most future self will arrive soon. Then, time for all of us will return to normal. And I will go back to my era to live the life fate has in store. He can vouch for that. Huh? Huh? Satsa! Uh! 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 I'm glad I'm not too late! Mickey! Uh! Uh! Just grab Sora so we can go. I can't stop them for long! okay Mickey I said hands-off how can you be moving oh oh no are you be gone oh no this fight I already hated on the 3DS Gehafter Äh, das macht wieder richtig Spaß Gehafter Keh wird Sieg considered Gehen Take this! Sorry! You're done! Take this! Ah nee, das habe ich schon gehaftet. Ah, toll, Leute. Ja, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Ah, blöder Kackgegner. Ach, 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 blöder Kackgegner. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ist, dass es nicht mehr so ist. Ich habe einmal versucht, meine eigenen Pure Light and Darkness zu erzeugen, um die Keyblade zu erzeugen. Aber die Versuchung endeteu in einem Fehler. In meiner Angstheit, habe ich nicht gesehen, der richtige Weg zu erreichen. Ich habe mich brachlich gemacht. Ich kann das jetzt sagen. Was hast du dann gemacht? Deine Fehler! Veränder das Destin ist auf drei meiner Freunde! Ah, aber Destin ist niemals für eine Chance. Ich habe sie nur geholfen. Der BROKEN BOY, der nicht zu sein ist. Der Mastur, der sich für eine Freundin verabschiedet hat. Und der Feckless Youth, die meine neue Vessel geworden sind. Ich konnte nicht finden, um sie zu retten. Aber ich wollte glauben, dass ihre Sacrifice verabschiedet hat dich für gut. Warum? Wie war ich so blind? Ich sollte es sehen. Als sie Maleficent begannen, die Seven Princesse des Heart. Ja. Es waren alles meine Arbeit. Ich benutze die Fähne für mich, um sieben Pure Lights für mich zu finden. Als ich mit 13 Vessel zu verabschiedet habe, um mit Pure Darkness zu verabschieden. Aber du hast verabschiedet. Sora hat dich in deinen Tracks auf beide Seiten. Ja, er hat er. Das Dull, Ordinary Boy. A Keyblade-Wielder so unlike any I have ever seen. However, I have not abandoned my ambitions. The Seven Guardians of Light and the Thirteen Seekers of Darkness. Ja. Ja. Das Dull, Dull King. Perceptive. But Sora and another on your list belong to me now. And that puts you three Guardians short. But worry not. All of the pieces are destined to appear. Your Seven Lights just like my Thirteen Darknesses, whose final clash will beget the prize I seek. The Keyblade. The Keyblade. But first, the Thirteen Darknesses shall be united. All the seeds have been filled. And now, the last vessel shall bear my heart like the rest. Shhh! No! Sora! Aah! Oh! Aah! Oh! Ah! Oh! Oh! No! Ah! Er hat es geschafft! Du bist... Axel! Axel, bitte. Der Name ist Lee. Du hast es memoriert? Du musst nicht hier sein. Du musst hier sein. Promises zu halten. Ich werde immer da sein, um meine Freunde zurückzunehmen. Was? Beste Zeit? Du hast dein perfekte Schrift. Aber du hast es vergessen, um den Sequel zu schreiben. Jetzt? Wir wissen, was passiert. Was jetzt, du altes Kuss? Unsere Zeit ist auf! Aiza! Aiza! Ich werde das machen. Sie müssen mir ein Twitter-Programm sein. Oh! Ich denke so. Goofy, Donald, du hast uns geholfen. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Nichts die Einung der Licht oder der Schmutz haben wir geschafft. Wir müssen alle zurück, bis wir kommen. Aber die 7 und 13 sind nicht. Lass uns das zu Ende enden. Als die Lichter und meine Schmutz haben zusammengezogen. Ja, eine Trophäe, die Tiefe der Dunkelheit. Sieben Lichter. Thirteen Schmutz. Das ist, Master Xehanort. Ah, Sora. Mora, nicht zu sagen, dass du dein Herz schlappst, auch. Nein, Miki, diese Affliction ist nicht die gleiche. Können wir etwas machen für ihn? Nein. In deinem Mark of Mastery examen, du warst, dass du sie sie schlappst. In so tun, du wachst, die Welt aus der Präsenz des Slums, und auch die Möglichkeit, die Macht zu freer Herz von ihrem Schlapp. Riku, du hast die Kiehäuser in Sora's dreams geholfen. Therefore, es ist zu wissen, dass du jetzt die Macht zu wachst, Sora's Herz. Du willst ihn zurück in Sora's sleep? Aber Master, Sora's Herz ist in der Darkest Abyss. Wenn Riku nicht aufmerksam ist, kann er einfach nur da mit ihm getrennt. Nein, ich gehe im Gegensatz. Und vielleicht kannst du sogar sogar erläutern, Miki. Aber es gibt keine Verzüge, dass Riku eine bessere Chance ist, dass du in Sora's Herz schlappst, so lange wie er es hat. Riku! Hm. 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 Miki. Ich wirklich verraue das. Aber ich werde dich aufmerksam sein. Ich werde dich aufmerksam sein. Riku! 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 Ruen力! Till kein entimmer. Risiken? Danke. Sora und ich werden bald wieder zurück. Hm. Ja! Hm. Ja! 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 Prüge 30 Soros. Ja! Ja! Das war's für heute. Ah, hoffentlich ist der Kampf auch nicht so lästig wie die anderen. Der hat mich nämlich auf ein 3DS-A-Range gekotzt. Was? No way! Take this! Yeah! Where's it going? Goodbye! Yeah! Yeah! Geh! Ja! Ja. 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 Ja! Ja! Ihr seid! Ja! 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 Nej! style. No! Ja! Jorke! Ja! Das war's für heute. Endlöte. Sora! I'll find you, Sora. You're right. I'm fine. You're right. Roxas? What is it that you're so afraid of? Huh? Losing something, that's important. Roxas? No. Wait. What is the one thing you care about more than anything else? Huh? Hmm. My close friends. What is going on? Sora! Who are you? Riku. What do you wish? More questions. All right. I wish... To get back to the real world and protect my friends. To get back to the real world and protect my friends. What's this? You were not the visitor I expected. Diz! I mean... Ansem the Wise. What are you doing here? Perhaps I wanted to atone for events of the past, even if no apology can undo the harm I have wrought. I felt that I ought to leave at least something behind. So I digitized myself and my research and hid them within Sora. So this is... So this is... Yes. A clue, I hope, to finding yourselves or your lost friends in your hour of need. The heart has always been quick to grow. Each exposure to light, to the natural world, to other people, shapes this most malleable part inside of us. Nobodies are not different from us in that manner. Sora was the only one able to return to his human form without destroying his nobody. That is a statement to the love in his heart for other people, and the bonds that tie them together. Perhaps he has the power to bring back the hearts and existences of those connected to him. To recreate people we thought were lost to us forever. Our most precious treasures. Even an empty puppet. The trees of the forest. And the petals on the wind. There are hearts around us everywhere we look. And it does not take superhuman powers to see them. Surely we remember, as children, the way our hearts made everything seem so shiny and perfect. Sora has a heart like that, uncorrupted, willing to see the good before the bad. When he sees the heart in something, it then becomes real. When a connection seems broken, he may have the power to mend it. He has touched countless hearts. He has accepted them. And he has saved them. And some of those hearts have never left him. Whether they fell into darkness or were trapped there. Whether they sleep in the darkness of Sora's heart. Or were welcomed into its warmth. Or were welcomed into its warmth. They can be saved. All Sora needs to do is be himself and follow wherever it is that his heart takes him. It is the best and the only way. The rest is in there. Alright. Thanks. Thank you. Of course. Now why is it that you are here? Uh... Uh... I kinda need to wake Sora up. Don't tell me he's gone to sleep again. Yeah. What'll I do with him? What? Indeed. What? Never fear. Sora is safe. Huh? He's not here. You see, by defeating the nightmare imprisoning Sora, you freed him. Huh? You mean, the Sora wrapped in that black phantom? Then, you came here. And you were questioned by three young people. That was the final key to awakening him. Sora is awake. You can go home now. Really? Thank you. Really? Thank you. young man. I do not believe you ever told me your name. Huh? It's Riku. Riku! Riku! Sora! Hey, Donald! Come on, you're hogging it all! I can't dance, I can't do it! Of course, it sure is yummy! Hey! Riku! You're safe! Riku! Wait, haven't we got this backwards? And why are you having a tea party? You're safe, Riku! Oh, never mind. You okay? Feeling all right? Yeah, I've never been better. I was watching what was going on in my dream. And I could hear your voice the whole time. Thanks, Riku. Thanks, everybody! Oh, yeah! Did we pass the test? Hmm. You performed truly admirably, both of you. More than anything, I am grateful to have you both back from Xehanort's deception unharmed. And I am grateful to Li, whose spontaneous actions turned the tides. I am also deeply sorry for failing to perceive the danger and throwing you headlong into a perilous test. This experience has revealed many hidden truths, and we must gird ourselves for the great clash with darkness that lies before us. I believe we need a new keyblade master, one with a new kind of power. Sora and Riku, you both deserve the honor. However, one of you braved the realm of sleep again to unlock the final keyhole and save a friend. Riku, I name you our new, true keyblade master. I told you, Sora, I was still needing some practice. Hey! Really? I'm a keyblade master? Congratulations, Riku! Thank you, Mickey. I owe it to my friends. I'll catch up with you in no time flat. What? You want to be a keyblade master? Yeah. I mean, I came here to learn how to wield one. You! Hey! Thanks for the vote of confidence. You know I was gonna come swooping in, keyblade in hand. But I just couldn't get mine to materialize. Must be in the snap of the wrist or something. Oh. Really? Do you have to go? Well, I did doze off. I just have some stuff to take care of. Are you gonna be okay? Yeah. I won't be long. Be careful. Very careful. Very careful. Right. See you soon. Shalom? See you soon. Ciao. Was its name? Hey. Bye. Go between here. Hype, hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, 1.800, 3 Gegner gesiegt. Ja, Ballongra war auch das Beste, was ich haben konnte. Gesammelte Geister hat 33%. Was? Lachen? Ne, lächelnde Geister. Meist genutzter Link. Bester Geisterfreund. Meist genutztes Lernen. Spielzeug. Yeah. Ja. Weiß ich, dann wäre das erstmal von mir aus. Yeah, du hast das Theater freigeschaltet. Wille andenken im Hauptmenü. Um Szenen aus dem Spiel erneut anzusehen. Veteran Modus? Schalte. Du kannst diesen ultra harten Schwierigkeitsgrad wählen, wenn du das nächste Mal ein neues Spiel startest. Jetzt kannst du deine Geister mitnehmen. Wähle nur Spiel und du kannst Spieldaten wählen, um deine Geister einen neuen Laufsantfall zu nehmen. Ich dachte, ich hätte jetzt hier Theater. Na ja, egal. Na ja, egal. Gut. Dann machen wir jetzt mal Schluss von meiner Seite. Und ja, würde mal sagen, man sieht sich nächstes Mal in anderen Projekten. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020